ja hallo willkommen zurück zu need for speed most wanted so noch eben eingeblendet was schon alles erreicht habe mein lebensziel habe ich nicht erreicht ein wagen übernommen wechselstelle 25 und ja meine glade und ich werde erst mal so ein map allgenau mit m oder auch nicht meine gar nicht etwa banane ich hoffe die karte dann fahre ich mal eben dahin dahin diese komische stelle da weil eine meiste in den kommentaren da wäre mein zweiter lieblingswagen und zwar der camaro in dem will ich da ganz dringend haben vor allem kriege ich noch ein viel härterer naja auf dem eigentlich jetzt schon bock ich fahre ich erst mal rein fahr ich erst mal dahin aber so ein bisschen abwechslung mit dem wagen ist ja auch würde wenn ich mal denselben haben dann haben wir jedenfalls schon mal meine zweite lieblingskarre geile ich war ich auch richtig was kann schon falsch machen mit nach unten fahren das schaffe ich einfach gerade aus war schaffe ich ich habe gedreftet ich kann das so als mich da okay jetzt schon mal fort will ich nicht na du süßen lecker und mir danke finde ich liebe die karre jetzt untersuche ich jede stelle im spiel weil den wagen hätte ich niemals gefunden hat es mir keiner gesagt ich liebe ihn einfach so sehr ich mach doch kein kratzer reine oh mein gott ich ging krampf steht in irgendeine karre hier so eine ecke viel leucht naja geil wenn ich mich nicht boah ok haben was zu modifizieren und die so nitro oder so nix zum einbauen gar nix was ist das für eine karre aha ein ford muskang oder so mustang oder jetzt ist er orange ich gucke mal die ganzen farben durch vielleicht finden wir ja was blauartiges weiß weiß ist auch ganz cool komm schon rot aber schon blau ok rot schon wieder was los das hat nicht gezählt ich war noch zu nah dran ok jetzt muss ich auf rot bleiben aber 43 meter ich bin stolz auf mich so ich schaue mal wo werden das nächste rennen nein geh weg zwei kilometer 2,6 2,6 hier sind ok das am nächsten dran dann fahren wir dahin aber diesmal will ich kein kratzer rein haben rot ist gar nicht so meine farbe ich lieber orange oder gelb oder weiß weiß war cool nein kratzer rein geh weg weil ich muss ja aufpassen ich fahr wie ein zivilisierter mensch scheiße die rückhaltige kamera bewegen hat mich abgelenkt also denke ich wäre schlecht oder so so kommt gibt mir eine ordentliche farbe ok gelb bin ich mir zufrieden jetzt sieht ja richtig cool aus blende mich nitro brennen den brauchen wir den brauchen hundertprozentig schon wieder weiß intro für das rennen das war deine augen krebs soll es wieder ohne nitro aber das kriegen wir hin die karre ist edel hh ich überhole ja warum bleibt er stehen darf war rum zur helle halte hat ein tesla ich höre ihn gar nicht im wagen aber ich bin tauer von tschüss ah mist kaum spawne kann lust gucken wie ich da tot in der ecke liege drei kilometer dürfte machbar sein ich glaube es war eine scheiße der kann na ne geht's ging klar dritter zweiter zweite porsche du wirst niemals erster oder was ist das der pausch tschüss die einzig coole karo wird er ist da also entweder geladen wenn ich werde in der monge im rennen dann 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 erkennt sich das akzeptiert zu verlieren dann also dürfen wir gewinnen geht voll klar dass wenn wir auch leicht nach nach naja lächerlich ja die säe heute in den bergen angekommen so erstmal nitrobrenner und die geländereich schnell bauen das muss unter challenge verfügbar oder ja doch klar der shell wie cobra steuerung beschleunigung gelände ja im gelände wirf anwenden und anwenden wo wo ja aber mein heck haben wir vor der ich habe das schnell fahren das ist weg so gucken wir auf die ab was so in der nähe ist wohl können wir schon den nächsten musst du an der typen machen das tanzt neukil und ja komm machen wir wir fahren einfach durch die stadt gucken uns die gegner gegend an meinen schadet ja ich nicht so ich finde ein paar andere coole wagen weil ich meine können wir wirklich überall versteckt sein in jeder ecke dann weißbar und da oben ist der karre ein srt und werbetafel ist da oben auch na du schickes ding na wie geht's dir aber ich schon behalten meine karre ich liebe sie zu sehen so eine weitere tafel da ist tafel irgendwann probiere ich glaube ich mal jeden wagen so ein bisschen aus aber vorerst bleibe ich mal bei dem und beim geladen entweder oder schicki schick die fahrer o porsche gedet geh weg geschickt eingefädelt verfolgung entkommen auch meine karte ist so dreckig gibt es gut schätzen kopf in zehn verfolgen entkommen tausende super punkte ich brauche eine reparierstelle jetzt wir sind kritisch in meiner karre ich habe so etwas leichten leck gespürt dann könnte ich mir bewegen weil ich irgendwie geil das war einfach mit der luft der gelbe das ding noch foto schießt wenn ich das gemacht habe so fahre ich eine herausforderung das war wirklich gescheit und das war schon so knapp das wollte er nicht weiß er was zu reparieren orange nach geile karte geile kari das benutze ich das nicht okay ich gehe mich zu sehr auf der karte sowie wird noch fünf kilometer da könnte ich jetzt mal eben eine frage stellen da könnt ihr einfach mal fragen was ist denn eure lieblingskarre vielleicht bin ich dir hier und kann ja auch mal verwenden oder fahren wenn wir nutzen ausnutzen ausbeuten kann jedenfalls schreibt es mal die kommentare will ich mich interessieren dann wenn man sich ein auto öfters läuft vielleicht benutze ich das war auch mal wenn ich jedenfalls finde oder so oder vielleicht noch genau die karren die ich fahre da brauche ich nichts zu wechseln jetzt ehrlich wer findet die karre nicht geil okay so wenn ich den kopf dann ist es nicht so geil aber karre ist doch hammer bei den ich habe findet schäme dich jetzt ruhig was zu reparieren weil die karre war so macht mich traurig dass du zu sehen und das macht euch bestimmt traurig zu sehen wie ich überall reinfahre aber ok alles kein problem na polizei ich mache nix ich mache nix die fresse man weil nur die werbetafler das hat ihr nicht gesehen der karre geht's go wie dampft schon danke nein gecrasht die dies kaputt die karte scheiße dieser an qualmen wie was weiß ich was oh mein gott gibt mich auf karriere du bist doch ganz neu na haben wir mal cool die fänger zu qualmen kann ja explodieren sowie ein gitarre gott echte meine karriere ist keine minute lang und sich hervor und fällen tun mir leid die kamen vom säule kamen so nitro benutze ich mal das öfter wird sich aber egal also das war autobahn toll wenn ich wieder runter von der autobahn ich könnte mal oder ich bin gar nichts wie kann die tafeln immer noch stehen habt ihr schon zehnmal platt gemacht so nitro und hier drück zwei kilometer sind enorm schnell gekommen ich kann ich mir habe in meiner hinsicht nur kacke gemacht gerade eben war wieder ja ok leck ja dürften kommen wir so vorsichtig und müsste ich jetzt mit jeder karriere machen immer wieder mal komm hier ist schon eine karriere oder ist eine karriere also die nicht so rüber wie weg zu in der polizei ich wollte nur hier sprain pain ich bin nicht gar nicht nette ich bin nicht gestellt nein doch nicht die kappe lügen ich höre auf ich mag das werden wir ganz traurig nein man kriegt sogar sp dafür wenn man erwischt wurde musst du antritt ich brauche mich jetzt aber dahin geht das nicht ich gehe das nicht okay 3,6 kilometer kommt das schaffen wir doch ohne kacke zu machen da geht von wegen